Wieso sitzen meine beste Freundin noch nicht, ha? Ja, ich meine, hä? Wieso sitzt sie noch nicht? Komm, setz dich doch. Ich stehe. Sie steht hier. Lola, ich komme gleich wieder, ja? Ja. Und du, Tommilein, bist schön lieb zu ihr, okay? Mhm. Okay, ciao. Tschüss. Ähm, Tom. Entschuldigung. Ey, ich habe gehört, dass du richtig geil tanzen kannst. Ich kann tanzen, also von dem hast du das denn gehört. Ach, die haben es mir alle so erzählt. Echt? Ja. Ja. Ich, also, nein, nein, also, nein, naja, ein bisschen, ja, doch, doch. Und ich glaube, die wollen nicht alle tanzen sehen. Ach, und ich auch. Nein, doch, nein, doch, ja, doch. Also nein, wenn Tina das sieht, das geht, das geht nicht. Aber die wollen es, und ich, die beste Freundin deiner Freundin, will es auch. Aber dann auch, ich... Und noch einen Moment. Ja. Ja, 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 doch. Ja. So, sonst kommt sie rein und das ist... Ach, das ist echt groß. Ja. Setz dich doch. Nein, ich stehe hier. Okay? Ich stehe hier. Setz dich doch. Ja, das ist ein bisschen williger. Ja. Schön. Was ist das? Sie, sie, sie wollte, dass ich tanze. Du wolltest, dass er tanzt? Nein, das wollte ich ganz bestimmt nicht. Wollte, dass er tanzt? Tom, nicht lügen. Weißt du, tanzen an sich ist ja gar keine schlechte Sache. Aber diese Aktion hier war echt peinlich. Ich denke, du solltest noch mal hingehen. Ja, ja. Ja, na gut, okay, ich stehe doch alles für dich, Schatz. Ach, du bist so süß. Gut, dann, 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 ich gehe hier hin. Tschüss. Ja, tschau. Ähm, Tom, komm mal her. Ja? Übung macht den Meister. Ja, ja, natürlich. Ah! Süß, süß, süß. Sehr lustig, ja. Übung, Übung macht den Meister. Tschau. Tschüss. 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 Endlich ist er weg. Komm mal her, Süße. Oh mein Gott, ist der schlimm. Ähm, aber du bist doch mit ihm zufrieden. Na ja, geht so, ne? Aber er liebt dich doch über alles. Erziehungssache. Aber mit ihm wär doch jeder zufrieden. Na ja, nicht jeder. Ja. Aha. Oh mein Gott. Lola. Aha. Ich habe eine fantastische Idee. Ach nur, komm. Was hältst du davon, wenn wir beide in die Disco gehen? Ja. Und ein paar Tiefen. Na, du weißt schon. Und unterwegs muss ich dir unbedingt von meiner neuen Tasche erzählen. Die ist so geil. Die Schimmel und alles mögliche. Oh mein Gott. Die Tasche. Und so schön. Und auch. Und Disco. Lola. Ja. Oh schau du. Ja natürlich. Kaui. Ich habe es mir überlegt. Ich habe es mir überlegt. Banküberfall 1 hat, um ehrlich zu sein, nicht wirklich geklappt. Aber hey, hey, hey. Ich bin ja nicht umsonst so ein erfahrener Regisseur. Ich hatte die Idee, die Idee. Passen Sie auf. Ich mach einfach Banküberfall Nummer 2. Ja. Ja. Der klappen wirkt. Bloß mit einer anderen Besetzung. Ganz einfach. Ich nehme einfach anstatt den Gangster, nehme ich jetzt einfach mal jemand anderen für den Gangster. Und anstatt für den Kassierer nehme ich auch mal einen anderen für den Kassierer. Logisch. Lassen Sie mich nicht lange reden. Hier ist schon der Erste. Tom. 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 Ich habe es mir überlegt. Ja? Ja. Tom. 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 Super Idee. Super Idee. Muss ich wirklich sagen. Aber Tom. Sag mir doch mal ehrlich. Das wird doch ein bisschen schwer. Tom. Tom. Setz dich erstmal hin. Tom. Wir reden erstmal gleich weiter. Pass auf Tom. Nochmal ganz kurz zur Aufklärung. Du wirst gleich überfallen. Aber nicht von einer Frau. Nein. Du wirst gleich von zwei Frauen auf einmal überfallen. Zwei? Ja. Die beiden sind richtig fies und gemein. Also Tom, du sollst dich warm anziehen. Tom, ne? Also Tom. Bist du bereit, Tom? 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 Hey, Tom, Tom, Tom. Hey, du hast doch keine Angst, ne? Na ja, schon doch. Hey, Tom. Hey, Tom. Hey, Tom. Du bist ja auch ein Talent. Zwei Frauen. Ja, zwei Frauen. Ich meine, zwei Frauen ist doch ein Witz für dich. Du, ja? Du könntest... Hey, du könntest es ja auch mit Fünf aufgeben. Tom, Tom, Tom. Das mit Fünf war ja nur ein grobes Beispiel. Das war außerdem nur ein Scherz. Zwar, es bleibt eigentlich zwei Frauen, Tom. Ja, zwei Frauen, du nicht mehr, Tom. Ich will sie dir auch gleich vorstellen. Und hier ist schon die Erste. Tom? Wie ist die Erste? Lola? 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 Pass auf, pass auf. Na! Nein! Marco! Ja, hallo. Wie schön, dass du da bist. Deine Kollegin habe ich auch schon gerufen. Pass auf, hier ist sie. Meine Damen und Herren, hier ist Phoebe. Hallo, Jack. Lola? Hi. Hi, Phoebe. Was macht die hier? Na ja, sie spielt auch die Szene. Oh, Phoebe. Hi. Schön siehst du aus. Hast du keinen Stoff mehr? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin der Frau, was du. Du hast mein Brot gefällt, okay? Ja, ich habe mein Brot gefällt. Mädels, nicht streiten, Mädels. Lola. Phoebe, nicht streiten, ja? Phoebe, kannst du vielleicht deine Kollegin machen? Lola. Lola. Danke. Lüge, Lola. Ja, ja. Pass auf, ihr zwei wisst ja, warum ihr heute hier seid. Ja. Wir machen jetzt nämlich den zweiten Banküberfall. Und ihr habt die Ehre, diesmal den Gangster zu spielen. Als Frau. Geht doch auch, oder? Ja. Ich meine, ihr Frauen seid sowieso brutal und habt die Männer sowieso in der Hand. Natürlich, mit denen. Na also, dann zeigen wir das, oder? Ja, klar. Okay. Am besten, ich schotten euch nochmal an. Der da, ja? Der da, der da. Na? Das muss eigentlich gar nicht sein. Bleib sitzen, ja? Das sind meine Mädels, die schaffen das schon. Ich bin fertig. Mädels, schon fertig, ja? Ja. Also, pass auf. Nochmal ganz kurz, ja? Ihr geht in die Bahn. Brauchst du nicht. Hände hoch. Wir wissen das. Herr mit dem Geld. Mann, jetzt, okay! Selbst die Schill, okay? Mach's alleine! Juhu! Die Angst waren so gespielt. Hände hoch! Das ist der Geräusch! Ich meine jetzt. Ja, schon. Ich muss schnell gehen, sonst kommt die Polizei. Ja klar. Aufstehen! Die sagen, Hände hoch! Ja! Oh Gott, ist der gut! Ich bin nicht bei dir. 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 Oh mein Gott, ist so gut gebraucht. Was? Einschwerd nach vorne. Ja. Wie hast du jemals so einen Prachtarsch gesehen? Wuh! 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 Das machst du ja super, Tom, ja? Aber pass auf, du solltest doch den Kassierer spielen. Und nicht so einen Model auf so einer Modeshow. Also Tom, den Kassierer... Ähm, Süßer? Ja? Wir können's allein! Ich hab's verstanden. Okay? Allein! Allein! Schluller! Full-time! Wie bitte? Full-time! Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Who ich kaufe